Lara sagt, Hi Edgar, du hast mit mir mal Yoga Nidra empfohlen, was für mich als kopfgesteuerten Menschen sicher passt. Gerne an Andi. Mein Verstand hält mich aber davon ab, das zu praktizieren. Der flüstert mir ins Ohr, dass es gerade was Wichtigeres zu tun gibt. Das Danke war jetzt an Andi, weil ich geschrieben habe, danke für die Antwort. Jo, der hält dich davon ab, das zu praktizieren, dein Verstand. Du flüstert, dass es gerade was Wichtigeres zu tun gibt. Das kenne ich. So sind die Verstände. Die verstehen das nicht. Da sieht man mal, wie männlich der Verstand ist. Der versteht das nicht. Das ist das Männliche am Verstand, dass er verstehen möchte, aber nicht wirklich versteht. Der denkt zu business-orientieren. Was haben wir jetzt davon? Das ist was Wichtiges zu tun. Das ist immer was Wichtiges zu tun. Immer, immer, immer. Immer, immer, immer. Was Wichtiges. Darum muss man ihn überlisten. Der Körper macht es üblicherweise so, wenn man auf das Gefühl nicht hört, dass was anderes jetzt wichtiger wäre, als das scheinbar Wichtigere. dass er krank wird irgendwann. Jetzt kann man natürlich so lange warten. Das ist dann schon die, die, das ist dann schon hardcore. Das ist dann schon der letzte Ausweg. Wenn es so sein soll. Muss er nicht bei ihm so sein. Aber wenn man dauernd was zu tun hat, um sich nicht zu tief entspannen, dann würde das vielleicht möglich sein, dass der Körper sich so melde. Und du wirst lachen. Ich habe genau so, das soll keine Drohung sein, keine Böse. So ein Arsch bin ich nicht. Sondern ich habe selber so einfach. Von mir ist Yoga Nidra, ich habe glaube ich einmal gesagt, so im Alter von 10, 12 Jahren. Kommt man einerseits durch Langeweile, am Abend beim Einschlafen. Da hatte ich eben nichts Besseres zu denken. Beziehungsweise das Denken wurde mir langweilig. Und was anderes durften wir nicht tun, weil wir schlafen gehen mussten als Kinder. Und das Licht wurde abgedreht und dann blieb halt gratis Kopfkino und irgendwann wurde das Kopfkino langweilig. Aber es waren dann auch Krankheiten, die mich dann, was weiß ich, kleine krepale Infekte, wo man im Bett leben bleibt, ein paar Tage verkühlt ist, wo man dann auch langweilig ist und wo man dann nichts anders machen kann. Und da bietet sich dann zum Beispiel die Gelegenheit, wenn man krank ist, ist es eine super Gelegenheit, Yoga Nitro zu fühlen. Wenn man es so weit kommen lassen will. Es reicht aber, wenn man fühlt, man ist schon total ausgepowert und es brauche ich, richtig brauchen, wie man Essen braucht, wenn man hungrig ist und Trinken braucht, wenn man durstig ist, dass man richtig schon fühlt, man braucht die Tiefenentspannung, man ist drüber, man ist gestresst, man ist auf tausend und man kann den Gedanken gar nicht mehr richtig klar fassen und es zerstückelt in hunderttausend Dinge, die man vielleicht auf einmal machen möchte. Genau das sind die Momente, wo man dann sagen kann, mir reicht es, ich kann nicht mehr und sich dann quasi ins Bett legt, bevor man noch krank ist. Die Krankheit vorweg nimmt und dann einfach herumgibt und das kann man ebenfalls nutzen für Yoga Nidra. Das ist schon die harmlosere Variante. Oder du bist so schlau und das wäre das Beste, weil man lasst es gar nicht so weit kommen, du bist so schlau und überlistest deinen Verstand. Indem es dem klar machst, wenn du Yoga Nidra machst, dann kann er all diese hunderttausend Dinge, die er meint, das wichtiger sind, nachher viel, 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 viel besser, ökonomischer, kraftvoller, konzentrierter, klarer, mit mehr Energie in wesentlich kürzerer Zeit und viel mehr davon erledigen. Und du sparst auch locker noch die gleiche Zeit Nachtschlaf ein. Eine halbe Stunde Yoga Nidra sagt man, bringt eine Stunde Nachtschlaf. Also für einen gestressten Manager perfekt. Ist aber so. Also so kann man den Verstand dann als Verbündeten gewinnen, so würde ich es empfehlen. Gegen Verstand zu kämpfen ist immer Quatsch. Jeder Mann wird der Verstand abgeschaltet und dann wieder eh demütig und alles was vorher entgegen sich selbst ist, hat auch mit Selbstliebe der, auch der will geliebt werden, der hat den Verstand. Das kann wer dafür. also würde ich da empfehlen, gewinnen als Gefährten. Verbünde dich mit dem Verstand und mach ihm klar, dass Yoga Nidra für ihn selbst das größte Heilmitglied ist. Nicht für dich. Das, was du bist, ist ewig. Das, was du bist, ist das reine Selbst. Das braucht kein Yoga Nidra. Das braucht gar nichts. Du darfst doch völlig gestresst sein und hunderttausend Sachen machen und nur powern oder du darfst doch 50 Jahre könntest da nur ein Business denken oder ein Schach oder was weiß ich oder tolle Projekte oder Kreativität. An dir ist nie was verkehrt. Yoga Nidra ist letztlich, um den Verstand zu beruhigen, zu zentrieren, klar zu machen, frei zu machen, in die Stille zu gehen. Dann bleibt Bewusstsein, aber auch Verstand übrig, wenn der Körper weg ist bei Yoga Nidra und Tiefenentspannung kann geschehen im Körper und das hat direkt dann einen Einfluss auf das ganze Nervensystem, weil du hast dich wirklich tiefenentspannt, ist eben auch das Nervensystem an sich, der Körper ist ja nur Beiwerk, aus dem sich das Nervensystem bei Yoga Nidra zurückzieht quasi. Also der Controller, du, zieht sich zurück aus dem Körper, überlässt den Körper sich selbst und ziehst dich richtig energetisch überall zurück aus allen Zellen, aus den Nerven, komplett und gehst zurück zu dir in reines Bewusstsein. Der Körper bleibt sich selbst überlassen, du spürst ihn immer, der heilt in der Zwischenzeit und du kannst schweben oder was auch immer und da darf man auch denken. Jo, das würde ich euch empfehlen. Danke für die Frage. Lara. Also gewinn ihn und mach ihm klar, dass das für ihn das Beste ist für den Verstand, was passieren kann. Yoga Nidra Session geht nachher alles viel schneller und einfacher, alles was man zu erledigen hat. Und man kann auch besser unterscheiden, was wichtig ist und was unwichtig ist. Man muss sich auch gönnen zu vergessen. Das ist übrigens auch so eine Sache, das möchte ich nur anhängen. In unserem heutigen technologisierten Zeitalter haben wir so viele Möglichkeiten, uns etwas zu merken, das Merken auszulagern. Auf der Festplatte quasi oder in die Cloud. Entweder in Datei schreiben, in Notizen, in Outlook, in Word, in Evernote, was weiß ich, in Wunderlist und keine Ahnung, was es alles gibt oder wie ihr das alles macht. Oder wie vor hunderten Jahren oder seit hunderten Jahren schreibt man sich sowas auf einen Zettel. Und das ist das Problem. Dadurch vergisst man nichts. Unser Gehirn ist nämlich viel, viel besser als all die Computer und all die Zettel und Bäume, die da gefällt werden. Wir haben vergessen eingebaut. Und vergessen ist eine natürliche Variante, eine natürliche Sieb, wichtige von unwichtigen Dingen zu trennen. Wenn man nicht total komplett gerade unerthressed ist, das wirklich passiert, das kann schon mal passieren, aber vielleicht kennt ihr das. dass viele Sachen sich von selbst erledigen. Entweder erledigen sie sie von selbst oder man hat darauf vergessen und es war nicht wichtig. Oder man merkt, dass die wirklich wichtigen Dinge, die einem immer einfallen, wenn es wirklich wichtig sind, doch wiederkommen. Der Computer, das Gehirn arbeitet perfekt, völlig perfekt, besser als jeder andere. In der EDV, also in der Informatik, arbeitet man jetzt erst an Konzepten, wie man den Computern beibringen kann, dass sie etwas vergessen. Dass die Erinnerung unschärfer wird, so macht es der Kopf. Es wird unschärfer, es ist nicht plötzlich weg, es wird einfach nur immer mehr unschärfer. Und das will man auch in der Kybernetik machen, bei künstlicher Intelligenz, das vergessen einbaut ist. Man merkt schon jetzt im Web, im sozialen Netz, dass alles gespeichert ist. Alles, was man jemals wirklich geschrieben hat, ist ein Wahnsinn. Wir haben welche komischen Fotos, wo man auf einer Party war, was man mit 16 nichts ausgemacht hat. Mit 30 findet das der Chef bei einem Vorstellungsgespräch. Okay, danke, der Nächste. Ich meine, das ist natürlich auch eine schlimme Welt, die so funktioniert. Aber ich will Ihnen nur zeigen, dass es bei Computer wichtig ist, das Vergessen. Und wir haben das schon gratis mitbekommen in dem Computer. Das Vergessen ist eingebaut. Und es funktioniert perfekt. Vergessen können. Das entstresst ebenfalls. Ich bin auch so ein Kandidat, darum sage ich das alles. Das ist nicht nur großes Gelaber, ja, wie könnte man es machen. Und das sind Dinge, die auf mich beschäftigen und auch immer wieder beschäftigt haben. Ich habe es dann irgendwann bemerkt, wo ich irgendwann To-Do-Listen gehabt habe, die ich zwar reingeschrieben habe, um das aus dem Kopf zu kriegen, wenn ich mir was merken wollte, aber ich habe nicht mehr reingeschaut. Das war einfach dann nur mehr ein ewiger Mistkübel. Es ist immer länger geworden, die Liste. Ich habe es vielleicht alle zwei Jahre mal gelesen, was drinnen steht, damit ich dann sage, seh, was habe ich eigentlich vergessen? Ich habe nichts vergessen. Ich habe nichts Wichtiges vergessen. Alles, was nicht getan wurde, hat es nachher sogar einen Grund gegeben, warum es besser war, es gar nicht erst zu tun. Den kennt man natürlich erst zwei Jahre später, weil es obsolet war, weil es eher eine blöde Idee war. Das kann man dann überprüfen, wenn man dann nachher das durchschaut. Aber die wirklich wichtigen Sachen sind geschehen. Und wenn man sich nicht selber erinnert, kommt der andere und erinnert einen. Weil wir sind, das Wissen ist ausgelagert, du bist nicht allein, du hast nicht nur dieses eine Gehirn. Da kommen andere auch noch. Ich weiß, ich bin jetzt schon lang nicht mehr bei der Lara, Doris, nee, Lara, bei der Lara mit der Frage, aber nur so als einfach. Das ist, wollte ich das mal sagen. Auch andere Gehirne spielen mit, wir sind alle verbunden und dann kommt jemand, wenn es wirklich aus göttlicher Sicht wichtig ist und in deinem Gehirn anscheinend dein Empfangsmodul klemmt und Gott da nicht durchkommt mit Hallo, dann kommt wer im Außen und hey du, das, was passiert, was passiert. Wenn es wirklich wichtig ist. Du kannst nichts tun, was du nicht tun sollst und du kannst nichts nicht tun, was du tun sollst. Das ist so. Man könnte schon noch ein Zitat, was es da gibt, der Mensch kann zwar tun, was er will, aber nicht wollen, was er will. Das könnte man auch erweitern. Er kann nicht nicht wollen, was es will. Er kann nicht nicht tun, was es will. So könnte man es sehen.